so und wo ist die axt ich weiß macht das eigentlich gar nicht gerne aber nur ein bisschen gucken ein bisschen gucken und ja dass wir hier ein bisschen naja nach und nach dem weg jetzt hier halt zum dorf hinbekommen okay schaffen wir hier auch noch ein bisschen frei ist ja auf der höhe dann ist ja für einen guten zweck leute ist ja für einen guten zweck dass wir das überhaupt noch machen hätte ich nie für möglich behalten aber und letztendlich ist rote bte nur wieder eins von vielen dingen wo ich dann sage ist doch egal aber man will es gesehen haben man will es haben bevor wir da jetzt wieder groß auf reisen gehen was natürlich machen könnten sollen wir das mal probieren pass mal auf alter die musik ist so schön frei wer kennt das lied genau lonely man von der serie halb die früh geliebt habe ich sag ja frühere serien waren sowieso immer so komplett mein spezialgebiet so aber nein wir wollen jetzt erstmal nach hause wir werden da noch viel zu tun haben sollten wir wirklich versuchen hier das dorf zu connecten da werden wir gigantisch viel zu tun haben aber ich scheue mich nicht davor ich scheue mich nicht davor ich scheue mich nicht davor so wir werden jetzt mal ganz wagemutig sein pass mal auf das machen wir einfach mal und ich hoffe das wird kein fehler sein ich hoffe das wird kein fehler sein obwohl wir kommen ja immer nach hause so ist es ja nicht so ein bisschen aussteuern nach roten blumen halten und da sind schon die blauen schäfchen ich habe mir gedacht ich habe das mal ausprobiert hier so quer rüber zu unserem haus irgendwie so mit blütenblätter so ein weg legen aber der sieht das ist einfach too much das wird dann aussehen wie ja nicht schön auf jeden fall so ich hoffe die aufnahmen werden dadurch jetzt nicht zu asynchron durch diese ganzen fraps aussetzer so ganz kurz was wollte ich machen ach ja übrigens am 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 ganz kurz strecken ist das schön es gibt nichts besseres als sich am strecken so ich weiß ich werde ja auch zwischen warte mal wir haben hier haben wir natürlich haben wir die dings nicht mitgenommen schade hätte ich die mal mitgenommen doch habe ich ich habe die pfingst rosen boah schön boah die sind super ich möchte auch eine na ihr hundis ja ja ich euch doch auch ich euch doch auch macht ihr denn hier kommt du mal her du komm mal mit komm mal her komm komm so und du machst hier mal platz du kommst mal hier hin machst hier mal platz was ist denn los mit euch ja komm bei fuß fast nein nicht fast tschuldigung hast hier jetzt ein bisschen alter laut so pferdchen steht ein pferd auf dem flugel nein hier die blumen die wollen wir ja möglichst nicht an obwohl ein schon oder zwei so jetzt reicht aber obwohl alter die übertrieben ja hat Kluck. Alter. Ich finde das schön. Tschuckum. Und brav mal. Tschuckum. Sehr gut. So. Ja, das Haus. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt ein Haus hinhaben will. Das sieht alles aus wie Kraut und Rügen. Ist ja... Ne, nicht wirklich. So. Ich habe jetzt noch einmal ein bisschen Farbe. So, und zack. Du wirst einmal rot. Du wirst einmal rot. Hey, Süße. Oh, wie rot sie wird. Wie knuffig. Jetzt habe ich aber natürlich keine Schere. Weg, 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 weg. Weg. Alle weg. Du auch weg. Entschuldigung, ich habe dich nicht gehauen. Nein. So. Die Schere. Die wird gleich eh gegenüber sein dann. So. Alter. Haltet mal die Klappe. So, dann gehen wir gleich noch mal kurz runter. Zu der Monster-XP-Falle. Um zu gucken, ob da jetzt ein paar Monster mehr sind, damit es jetzt mal endlich lohnt. Geht zur Seite. Ich will hier Schiffchen Rot haben. Dankeschön. Hier, Schiffchen Rot. Schiffchen Rot. Alter. Alter, Alter, Alter. Chillt. So. Oh, mehr wollte ich nicht. Guck mal. So, die rote Wolle. Packen wir da runter. Ähm, 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 ähm. Das. Ja, gut. So. Was haben wir alles? Zwei Plätze haben wir frei. Es ist helllichter Tag. Das heißt, es könnten in der Monster-Falle schon ein paar Monster mehr spawnen. Daumen drücken. Alter, ich sehe nichts. Also wirklich viel ist das jetzt auch nicht, ne? Aber egal. Mach einfach mal. Warum ist sowieso, wieso ist das jetzt so dunkel geworden? So, die ganzen Endermen, die sind natürlich dann eben entsprechend weg. Sollten eigentlich weg sein. Hä? Werden die mit weggespült? Ich sehe nichts. Das sind doch Endermen, oder? Boah. Du Ratte. Was? Was ist denn das für ein Geräusch? Ich sehe nichts. Sag mal, ist die Brightness irgendwie runtergestellt? Ich muss mal kurz gucken. Schattenhelligkeit aus. Helligkeit hell. Ist total hell. Ist super hell. Weiche Beleuchtung aus. Das hatte ich aber immer aus. So, ich lasse das Wasser mal... Was war das? Ich lasse das Wasser jetzt mal laufen, damit ich noch mehr nachspawne. Hallöchen. So, ihr kommt mal alle nach vorne. Muss ich das denn jetzt kommen? Ich mache das mal mit der Handkante. Zack, einer auf den Kopf. Wer lacht denn da so komisch? Ach, das ist eine Hexe. Guck mal, das ist eine Hexe. So. Ich hau es, die Blick. Na? Nicht abhauen, nicht abhauen. Hau dich. Alter, wie viel die... Wie viel die aushält, ne? Alter, wie viel hält die Hexe aus? Alter, was war das denn bitte? Ich mache das jetzt extra, weil wir brauchen ja nicht mehr viel, um die Viecher zu erledigen. Da sparen wir mal ein bisschen am Schwert, aber der Hexer hat mich jetzt dann doch schon ein bisschen verwundert. So, dann packen wir mal das wieder nach hinten. Mit gezücktem Schwert sammle ich jetzt hier den ganzen Schmodder ein, den ich natürlich nicht einsammeln kann, oder wie? So. Bum, bum, bum. Ja gut, richtig viel ist das nicht. Aber naja, besser als nichts, gell? So, Schießpulver brauche ich auch nicht gerade. Oder Schwarzpulver, Schießpulver. So. Schönen wir mal, Batman. So nicht, Freundchen. Hier. Was ist denn das für eine Musik, ey? Ja, ja. Machen wir doch weiter hier. Hä, das hatten wir doch vorhin schon. Alter. Naja, okay, gut. Hätte jetzt besser ausgehen können, aber... Ich sag ja, Alter, es ist dunkel. Hilfe. Ja, okay, kein Wunder. Ah, Hilfe. Schnell hinlegen, schnell hinlegen. So. Bäh. Mach mal ein anderes Lied, das nervt mich irgendwie. Dum, 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 dum. So, und jetzt pass mal auf. Ähm, erstmal ablegen. Das war super von mir, ich weiß. So, gucken, ob Creeper hier irgendwo in der Nähe. Nicht. So, Nahrung. Steak. Gut. Das brauchen wir. Äh, Blunderkiste. So, das können wir weglegen. Das können wir eigentlich, obwohl das... Naja, egal. Nutzbaumaterial. Gut, können wir uns ja neue craften, wenn es denn halb brenzlig wird. So, die können wir, dankeschön, verburzeln. Hier haben wir... Ach nee, ein Sessing habe ich ja unten hin. Stimmt. Nutzbaumaterial. Die Türen können wir da hinpacken. Was haben wir noch? Ähm, Wolle, Farben. Farben. Knochenmehl. Ne, Knochenmehl nehme ich mal mit. Sand und Glas. Glas hatte ich hier. Sand habe ich jetzt nicht mehr. Nutzbaumaterial haben wir hier die Treppen. Dum, 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 dum. Ähm, was ist das hier? Zucker. Zucker. Was habe ich mit Zucker? Ja, ähm. Pack das mal hier hin. Was habe ich mit Zucker? So, Blunderdings ist das hier noch. Wir haben jetzt eigentlich mehr als genug Klamotten weggepackt. Ja, ihr wisst, was ich machen möchte. Denke ich mal. Ich meine, ich habe es gesagt. Ich möchte jetzt einmal gucken. Wie lange nehme ich auf? Ich weiß gar nicht, wie viele Screens ich gemacht habe. Vier, fünf müsste ich gemacht haben. Sechs brauche ich. Hm. Ja, ihr wisst doch, was ich machen will jetzt. So. Dum, 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 dum. So, wir gehen jetzt probeweise mal durch den Neta. Wie gesagt, ein Block in der Oberwelt. Nein, ein Block im Neta sind hier acht bis zehn Blöcke in der Oberwelt. Wie genau, hundertprozentig weiß ich nicht. Wir könnten es uns auch natürlich gemütlich machen. Und hier im Second-Life-Gebiet weiter scannen. Oder aber halt, wir gehen mal diesen Weg. Boah, ich weiß nicht, ob das schlau war jetzt mit meinem verzauberten Schwert. Achtung, tiefer Fall. Ja, wenigstens habe ich gewarnt. Und warum habe ich da nicht zu gemacht? Hä, bin ich doof oder was? Warum mache ich da nicht zu? Ist tiefer Fall. Ja, dann... Hä? Sag mal, sind die Viecher aus? Nein, die sind nicht aus. Ich habe gerade noch eine Monsterfalle. Ich meine, ich sehne mich nicht danach. Na komm. So. Dann versuchen wir mal hier den... Hups. Den Weg hier. So gerade wie möglich lang zu gehen. Da ist das dunkel hier. So, halt, ne? Von dem Portal aus. In die Richtung. Und dann hätte ich auch noch... Boah, ich bin so ein Schlaubi. Wir müssen nochmal zurück. Wie soll ich denn von hier aus bitte ein Portal dann machen? Der zurückführt. Ich habe doch kein Obsidian. Und ich muss Obsidian mitnehmen? Ja, ich bin sehr schlau. Ich weiß gar nicht, ob ich Obsidian so überhaupt habe. Muss ich mal gucken. Weiß ich gar nicht. Ansonsten war mein Unterfangen ja wirklich sehr... Von sehr kurzer Dauer. Das Lied kam jetzt aber auch schon ein paar Mal, ne? Autsch. Ich habe mir kaum weh getan. Naja, ich muss... Alter, wie laut das ist. Ja, ich muss sowieso, wie gesagt, hier noch die Playlist optimieren.